Der Hauptkämpfer Charles Andrade Wie ist es möglich, dass du das auch schnell machst? Wie ist es möglich, dass du das auch schnell machst? Ich habe viel trainiert mit meinen Kollegen, Professor Patrick Castellani, Dmitri, Eduardo Simões, und ich habe viel trainiert mit deinem Team und er wusste, dass es schwer sein wird. Er hat ein sehr gutes Team und hat viel trainiert. Jetzt bist du ja eigentlich bekannt als sehr starker Bodenkämpfer, sehr starker Grappler. Du hast sehr viele Kämpfe durch Submission beendet. War es das Ziel hier mit den Fäusten den Kampf zu beenden oder war das jetzt einfach Zufall? War es das Ziel oder war es das Ziel für dich? Ich habe es nicht erwartet. Ich habe es nicht erwartet. Er wusste es nicht. 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 Es war also eine Überraschung. Jetzt gibt es hier bei dieser Veranstaltung Bonuszahlungen. Extra Geld für die beste Submission und den besten Knockout des Abends. Ich nehme mal ganz stark an, dass du den Bonus bekommen wirst für den besten K.O. des Abends. Ich glaube, das ist ziemlich sicher. Was hast du denn vor mit dem Geld? Was hat er mit dem Geld? Was möchte er mit dem Geld denn machen? Was möchte er sich schönes kaufen? Ich habe gesagt, es gibt eine Prima für die beste Submission, das beste K.O. Es gibt sicherlich eine Prima für das beste K.O. Was sollst du mit diesem Geld machen? Ich weiß nicht, dass es eine Prima ist. Er wusste es nicht. Ich weiß auch nicht. Es ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung für ihn. Ich denke, dass es eine Prima ist. Mein Pension ist, die Menschen, die im Krankenhaus leben, und die Menschen mit dem 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 Krankenhaus leben. Und er will diesen Menschen helfen. In Brasilien. Das sind sehr, sehr noble Ziele. Ich denke, da hast das Geld sehr gut angelegt, Schatz. Dann wünschen wir dir damit auf jeden Fall viel Erfolg. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir eine schöne Feier heute Abend. Okay, ich habe gesagt, es ist wirklich ein sehr noble Ziel. Und ich wünsche dir das alles besser für die Zeit. Okay, danke dir Gott. Und dass er dir die Kraft für mich geben wird. Für mich, für die ganze Kampf. Für mich und für die ganze Kampf. Okay, danke Gott. Danke Gott. Er hat ihm stark und Kraft gegeben, um für ihn einen Krieg zu gewinnen. Das war wie ein Krieg. Okay, Schatz, vielen Dank, obrigado. Obrigado. Thank you very much.